Ich habe mir gedacht, ey, warum spielen wir nicht mal Games gegeneinander um Kohle? Weißt du, du bist ein Arsch-Gamer, ich bin ein guter Gamer, du hast vier Knete, ich zieh dich ab und so kann ich easy Profit machen. Du hast das vielfach als Knete von mir. Was? Natürlich! Ey, hör auf mit diesen Behauptungen. Best of free? Äh, jo. Okay, tamam. Was passiert hier? Notia, Mastercard. Digga, wo sind wir? Welcher Währung zahlt man hier? Ist das Euro? Bruder, ich hab dich gefickt, ich hab dich gefickt! Ich sehe sogar noch Helsinki, Bruder, ich denke, Helsinki ist in Russland. Das muss Schweden sein. Ich war nicht in Mewtwo-Chat. Keine Ahnung, was das ist, ja? Ich vertraue meinen Instinkt. Ich bin in Mewtwo. ja du arschkopf macht er einfach macht er einfach auf ganz schnell auf jeden fall asien ich weiß nicht wo chat jetzt nordamerika glaube ich führers sieht aus wie nordamerika was ist das für ein fucking land man ist das griechenland loki das sieht aus wie griechenland aber griechenland die haben noch nicht solche kennzeichen das ist eher so ja das ist eher so asiatischer raum israel oh mein gott oh 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 let's go jetzt ist mal 1,5 oder was ja das sieht so frankreich aus digga aber mit diesen rollern und so könnte schon sein aber nein mit diesen palmen und so niemals was sind irgendwelche gerichte steht hier unten irgendwie südamerika oder so glaube ich fett oh mein gott was ist das für eine flagge was ist das für eine flagge es gibt einmal polen und dann gibt es wie heißt dieses andere oh mein gott wie hieß nochmal das andere angola angola ist es auf gar keinen fall ein afrikanisches land was muslimisch ist jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter das hätten wir halt 1,5 ne das hätten wir halt 1,5 ne kannte aber die flagge nicht ich hab gar keine ahnung gehabt was das ist ey brudach mal 2 jetzt warte mal das ist frankreich oder ist das deutschland hier ist doch nicht deutschland krück ist es türkisch ich glaub das ist äh griechenland chat aber ist griechenland so nein digga das ist viel zu viel zu gute straßen für griechenland oder ne nein ja gefickst was ich hab oval verloren digga da stand hungary irgendwo bruder ja da hab ich nochmal punkt hu gesehen hä aber wie warum hab ich verloren digga ich hab die ganze zeit mehr punkte gehabt bruder hä 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 erstens hab ich die ganze zeit mehr punkte zweitens gegen ende hab ich halt dich gefickt ok wo ist das digga sieht mir sehr stark nach dieser kebab boah hier war ich glaub ich schon mal warte mal wo ist das wo ist das shit fuck digga fuck warte mal ist das linksverkehr ist rechtsverkehr boah sieht aus wie österreich digga oder schweiz aber die haben nicht so gelbe zeichen von der schrift her ist das holland digga ist das holland digga ist das holland digga ist das holland digga das ist eine schweden flagge low key oder ne schwöre das holland digga alle auf fahrrad bruder das holland digga stockholm es ist stockholm es ist doch schweden gewesen ich sag sogar noch schweden ich bastard was geht jetzt ab digga was sind das für riesen bäume es ist auf jeden fall afrika aber das ist dieses hardcore afrika das ist nicht dieses scheiße madagasta gänsehaut fuck you man where we at oder hier ist weit und breit gar nichts da war gerade ein schwarzer hier einer auf dem fahrrad das ist sowas von afrika oder hier ist halt weit und breit gar nichts ne hast du vergessen zu dingsen bruder ich hatte keine ahnung bruder was hast du gemacht afrikan edition alter was hier bruder hier wohnt der präsident bruder was passiert hier digga bruder was passiert hier digga let's go let's go let's go let's go let's go bro da war ne flagge man halt small okay chat coca cola chat digga ich muss das doch irgendwie erkennen ja ist wieder so asien nordamerika warte mal südamerika zu 100% von den schriften her ist es südamerika weiß nicht ob es mexiko ist oder brasilien aber das sieht mir halt wieder so asiatisch aus das ding hier irgendwas muss man doch sehen an den autos oder so keine ahnung bruder ich glaube das ist mexiko ja das sind tacos und so sanche cruz de russe das muss mexiko sein digga das ist asiatisch oh mein gott boah junge wie hast du es auch erraten lan guacamole ey bruder deine afrikan edition ich schwöre dir digga was ist das man das ist verrückt das ist verrückt das ist verrückt könnte aber auch amerika sein ne da steht 30er zone digga das ist loki das ist europa digga da vorne sind menschen wo sind die menschen hin die sind die spawned einfach in saut sind alle schwarz ne bruder ey komm nicht drauf weil hier ist auch nix bruder ey ich schwöre dir hugo alter ja das ist das ist ich hab keinen bock mehr ja African edition einfach ja komm digga ich mach jetzt Casino es ist mir so scheißegal so rate auch komm wer besser red hat gewonnen wuhuuu ich war sogar vorher da digga ist das krass ok double damage chat ich muss jetzt ich muss jetzt gut abschneiden was passiert hier ey warte mal ist dein Google Earth auch auf LSD ja was passiert hier bruder ey was ist das für ein Pilzwald ey loki das sieht aus wie Dingschweden bruder ey Hugo willst du mich verarschen digga es fuckt mich gerade so ab was ist das für ne scheiße bruder ey das kann man gar nicht erraten bruder das Ding ist verbargt bruder ich bin auf LSD unterwegs hier ja ich bin auch auf LSD ja bruder hier ist nicht mehr was ey geil hier sind Bäume digga da liegt ein Bau auf der Straße bei mir da konnte du nicht weiterfahren hä digga das hört einfach auf ich kann dich da gerade ausheben wuhu ich schwöre dir digga wuhuuu halt die Fresse digga halt die Fresse es ist Deutschland digga das war Deutschland was die sind solche Bastarde das kann nicht sein das kann nicht sein oh mein fucking Gott rote Schilder steht da drauf Kennzeichen ist auch drauf ist wieder irgendwas es gibt ein 7-eleven da ich glaub ich weiß wo ich glaub es ist Taiwan 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 wo ist Taiwan wo ist Taiwan oder Taiwaner 7-eleven das weiß ich nein warte mal hab ich der Schinken verloren ey nein ey nein das kann gar nicht sein was das für ein Spiel ich war 10.000 mal besser als du was laberst du du gewinnst immer nur am Ende bei diesen mal drei Dingern digga was laberst du ich hab dich am Anfang gefickt oder ey wie kann das sein Taiwan ja Taiwan Kai Senat hat Ray in Taiwan bei einem 7-eleven getroffen was sehe ich nur nur Raze und ein 7-eleven digga weißt du was man da richtig gesehen hat wo hat er 100 Thai Massagen und alles gesehen wie viele Subs muss ich dir geben äh 25 fuck you man ey dageschön fuck you asses in the bashes alter